Kamera läuft und wixeln! HALO! Was geht um die Lacken nicht gesehen? Ich lass laufen, weiter! Ja, lass einfach laufen! Was geht um die Lacken nicht gesehen? Ach so! Okay! Oh! Nicht aus! Was geht, Buki Bruder? Lacken nicht gesehen! Was geht Buki Bruder? Lacken nicht gesehen! Alles klar? Ich sag von hinten, weil dann... Schönen guten Tag, Jens von hinten bitte! Ja, schönen guten Tag, Brumann Name, ich wollte ganz gern bestellen. Ich hätte gerne auf jeden Fall 3 riesen Pizzen. Eine Hawaii, eine Peperoni und eine Salami. Auf jeden Fall dazu dann noch 14 Chicken Wings. Auf jeden Fall ja, mit Bones. Und dann nehme ich noch dazu 3 große Vanille Eisshakes Und eine 1,5 Liter Cola. Wollt ihr auch was? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.